Häufig gestellte Fragen. 2 FAQ 2 Stahlwerkstatt. Freundinnen und Freunde, heute kurz und schmerzlos Schweißen im Zweitaktmodus. Takt 1. Es beginnt der Schweißprozess mit Drücken des Tasters. Gasvorlauf eingestellt über eine Zeit. Das Gerät strömt Gas aus. Ist diese Zeit verstrichen, zündet das Gerät mit dem eingestellten Startstrom von 20 Ampere und der Stromanstieg beginnt. Der Stromanstieg beschreibt den Weg von unseren 20 Ampere Startstrom bis hin hoch zu unserem eingestellten Schweißstrom. Schweißstrom ist der Hauptstrom, den wir eingestellt haben und das wird in Sekunden gemessen. Takt 2. Was passiert? Wir kommen aus Takt 1 und halten immer noch gedrückt. Wir befinden uns in Takt 1 so lange bis wir den Taster loslassen. Jetzt beginnt Takt 2. Takt 2 startet mit der Stromabsenkung. Stromabsenkung eingestellt am Gerät. Hier Beispiel 3 Sekunden. Das ist der Weg von 100 Ampere nach 20 Ampere Schlussstrom über die voreingestellte Zeit. Wir fahren also diese Rampe runter, englisch Downslope. Sobald der Schlussstrom von eingestellten 20 Ampere erreicht ist, erlicht der Lichtbogen und die Gasnachlaufzeit beginnt. Das ist der Punkt, wo wir immer noch die Keramikdüse auf unserer Schweißnaht halten bis zum Ablauf der Zeit, der Schweißprozess ist beendet. Freunde, das war jetzt einmal komplett Takt 1, Takt 2. Das schauen wir uns jetzt noch einmal an mit einer Nahaufnahme, die ich kommentiere. Dann haben wir auch ein Bild dazu und sehen den Lichtbogen stärker und schwächer werden. Quasi einmal den Prozess an einer Beispielnaht. Der erste Takt beschreibt diesen gesamten Zyklus von Zünden mit Gasvorlauf, mit Stromanstieg, Startstrom bis hin zum Schweißstrom. Solange wir den Taster gedrückt halten, schweißen wir. Das kann beliebig lange sein. Bitte hier die Einschaltdauer beachten. Neues Thema, andere Folge. Takt 1 fertig. Wir haben geschweißt und sind am Ende der Schweißnaht angekommen. Wir lassen los. Der Prozess für Takt 2 beginnt und er startet mit der Stromabsenkung bis hin zum eingestellten Schlussstrom. Gasnachlauf beginnt. Voreingestellte Zeit abwarten. Zeit abgelaufen. Brenner von der Schweißnaht abheben. Die Naht ist fertig. Was wir jetzt gesehen haben, quasi einmal diesen gesamten Durchlauf. Den habe ich euch gezeigt auf Basis dieser Maschine. 200 Puls D. Wenn ihr eine kleinere Maschine besitzt, dann deferieren die Funktionen. Dieses bitte beachten. FAQ 02. Schon vorbei. Kurz und schmerzlos. Kostenlos für euch als Nachschlagewerk. Einwandfrei. Freundinnen, Freunde. Wir sehen uns wie immer in der nächsten. Musik 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 Musik